Grüß dich klar und herzlich willkommen zu meinem ersten Fazit-Video zum Release von Battle for Azeroth. Ja, das neue Addon für World of Warcraft ist nur ein paar Tage live und ich möchte meine ersten Eindrücke in diesem Video festhalten. Übrigens im Hintergrund laufen Ausschnitte vom Livestream aus der Release-Nacht, also viel Spaß damit, wenn ich dir das bisschen mit meinem Voice-Over belege und damit ich es nicht vergesse, die Logge aktivieren, Freunde, damit ihr nichts mehr verpasst und auch beim nächsten Video mit dabei seid. So, wollte ich zu Beginn einfach mal loswerden. Nun gut, kommen wir zum Eingemachten. Ich habe mit meinen Kumpels Grußgeld in der Stelle raus an Mario, Flo und Alex pünktlich um Mitternacht gestartet und haben nach den ersten sechs Stunden das große Gebiet Voldun komplett durchgequestet, inklusive aller Nebenquests. Was schon ein ordentliches, aber auch interessantes Stück Arbeit war. Ich möchte nur so viel dazu sagen, dass Addon hat wirklich pünktlich auch angefangen, kurz vor Mitternacht sogar. Ich glaube, fünf Minuten vor Mitternacht kam die Quest rein. Wir waren richtig perplex, wir haben da in Orgrimma gewartet, ein bisschen gecampt und rumgeblödelt halt. Aber ist ja eigentlich Nebensache. Na gut, Voldun, das erste große Gebiet, hatten wir dann nach sechs Stunden durch und haben dadurch Stufe 114 passiert und ein paar tolle, aber auch schlechte Eindrücke gesammelt. Also schlecht liegt jetzt immer im Auge des Betrachters, aber ich möchte im Verlauf dieses Videos etwas genauer darauf eingehen. Aber lasst uns einfach mit einem positiven Beginn auffallen, war zu Beginn einfach gleich mal die mit Liebe geschaltete Welt. Ein Auge fürs Detail und einfach für alles, was Blizzard eingebaut hat, was für Leben sorgt auf der Map, in der Questroutine, dass ich sagen kann. Da spreche ich definitiv einen Pluspunkt aus für Blizzard, das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Richtig, richtig toll, waren alle sehr erstaunt. Viele Quests, die sind uns auch aufgefallen, eignen sich sehr, sehr gut in der Gruppe und beschleunigen natürlich auch das Leveln doch um einiges. Wir haben bestimmt jetzt nicht überall einen Speedrun hingelegt und haben das doch auch genossen, aber in der Gruppe ist es halt einfach schöner gewesen und hat ein paar Stellen leichter gemacht, wo man irgendwo Ziele ausschalten muss. Das ist halt einfach dann einfacher von der Hand gefallen, weil wenn ich, keine Ahnung, 10 XY-Mobs töten muss, dann tue ich mir einfach leichter, wenn das drei Leute machen, weil dann macht jeder drei, so blöd gesagt. Nun gut, einen weiteren Pluspunkt möchte ich auch nur aussprechen für die Dörfer bzw. markanten, ich nenne es trotzdem mal markante Punkte in Voldun an sich. Man erreicht die recht gut zu Fuß bzw. eben auch mit dem Bodenreittier, also das finde ich ist trotzdem gut durchdacht, also man muss hier keine ewigen Reiteinlagen hinlegen, auch wenn es an Boden ist und nicht in der Luft, ist das trotzdem relativ zügig erreichbar. Aber bleiben wir gespannt, Pfadfinder Teil 1 kann man ja schon machen, dauert ein bisschen, ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, dazu werde ich vielleicht auch ein extra Video machen. Aber Pfadfinder Teil 2, wenn es ein Teil 1 gibt, vermutlich gibt es ein Teil 2 auch, genau wie in Legion, wird erst später im Verlauf des Add-on mal hinzugefügt. Ebenfalls positiv hat meiner Meinung nach, hat sich die Drop-Chance für Rüstungen herausgestellt. Auch, dass man ein Rüstungsteil aufgewertet bekommt am Ende einer Quest, war relativ angenehm. Mir ist das 2-3 Mal passiert im Verlauf dieser Questerei in Voldun. Deinen Kollegen weniger oft, aber ich sage mal so unterm Strich, war es meiner Meinung nach ausgeglichen, was sehr schön ist. Auch die Artefaktmacht, die man mitsammelt beim Questen und auch nebenbei da schon seine Artefakthalskette, Herz von Azeroth, schön hochleveln kann. Die hat auch eben eigene Stufen, das hat schon gut gepasst. Ist ja wichtig eben, wie die keiner wissen, für Azerit-Rüstungen zum Aufwerten, muss man ja zuerst mal die Stufe der Haskette erhöhen, um dann Azerit-Bonis freizuschalten auf den Azerit-Rüstungen. So mal noch als kleine Nebeninfo. Aber ich komme auch noch ein bisschen zu Kritik an der Stelle, weil das ist uns in Voldun sehr stark aufgefallen. Und da geht es jetzt nämlich nochmal um die Quests. Es ist ganz schön, dass eben Quests in Hülle und Fülle existieren. Da kann man überhaupt nicht an Blizzard zweifeln, dass da irgendwie gespart wurde, sage ich mal. Aber es ist halt stellenweise etwas mühsam gewesen. Ich sage mal so, du kommst mit einer Quest zu einem Dorf, gehst mit zwei, drei weiteren Quests weiter in dem Dorf, sage ich jetzt mal. Ist okay, kennt man ja, ist man gewohnt. Aber es ist halt ein bisschen, finde ich, ein persönlich negativer Beigeschmack, wenn ich dann mit einer Quest dann wieder gerade aus der Richtung, wo ich kam, wieder zurücklaufen muss, weil dort und da noch was zu erledigen ist. Es war ein bisschen kreuz und quer, das muss ich ehrlich zugeben. Das hat ein bisschen, wie soll ich sagen, nach einigen Stunden aufs Gemüt gedrückt, sage ich mal. Da ist man leicht genervt, wenn man eh schon einen Weg zurückgelegt hat. Und danach muss ich wieder retour. Ja, dann vorwärts, rückwärts, links, rechts. Das war sehr, sehr, ich sage mal, chaotisch. Natürlich haben wir jetzt das irgendwie nicht nach einem Schema gemacht und wahrscheinlich hätte man das besser machen können, stellenweise. Ja, aber es war sehr oft einfach gar nicht anders möglich. Zusätzlich muss ich da noch sagen, um ein Gegenbeispiel zu nennen, was Questerei angeht. Ich habe zum Beispiel beim Add-on Warlords of Draenodas sehr schön empfunden. Da wurde man echt cool durch die ganzen Storyquests geleitet. Wir haben auch hier in Waldoon sehr oft einen Überblick über die Storyquests verloren. Und dann haben wir uns so gefragt in TeamSpeak, was war nochmal die Storyquests? Verdammt, wo sind wir stehen geblieben? Da haben wir hin und wieder mal den Anschluss verloren. Da kennt man sich zu wenig aus, finde ich. Ist ein bisschen auch ein persönlicher Negativpunkt, sage ich mal. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Also wenn ihr das anders seht, dürft ihr mir das natürlich gerne in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, bei Warlords of Draenodas habe ich das sehr positiv empfunden. Da war das etwas schöner gestaltet mit dem Durchleiten der Storyquests. Da war das sehr übersichtlich, finde ich. Und natürlich ging es ja nach Waldoon noch weiter. Da war ja noch lange nicht Schluss. Und nach weiteren vier Stunden dann am nächsten Tag, nach ein bisschen pennen, sage ich jetzt mal, und auftanken, hatte ich auch Sulda Saar fertig. Was mir dann ein Level von 100, lass mich lügen, 17 oder 118 verschafft hat. Ja, 117 war es, ja genau. 117,5, irgend sowas war es. Das Gebiet war auch, wow, wieder sehr schön gestaltet. Und kann man auf alle Fälle wieder nur einen Pluspunkt aussprechen für Blizzard. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer noch, damit es hier nicht so lang wird, das ganze Video. Sulda Saar habe ich großteils immer Alleingang erledigt, weil dann hat sich das nächste Tag ein bisschen zerstreut mit den Kumpels. Ja, jeder hat irgendwo ein bisschen Schlaf nachgeholt oder unterschiedlich gespielt. Einer musste auch arbeiten, ist halt einfach immer so. Und ja, es war aber auch eine Herausforderung, mal allein zu spielen, sage ich mal. Das war stellenweise etwas mühsam, aber ich sage mal so, nach vier Stunden in Sulda Saar ist man auch froh, wenn man wieder rauskommt. Gerade in den Dschungel, da ist einiges los. Ja, und im Endspurt, dann auf 120, habe ich mir noch natürlich Nazmir angesehen. Und da ging das Leveln, finde ich, auch relativ zügig. Da habe ich den letzten Level von 119, 120 ganz rasch erledigt im Vergleich zu anderen Abschnitten, sage ich mal. Ich war hier trotzdem auch wieder dann im Endspurt mit meinem Kumpel Alex unterwegs und es hat einfach zu zweit wieder trotzdem mehr Spaß gemacht und ging halt einfach definitiv flotter von der Hand. Das muss man ehrlich zugeben. Nazmir ist auch ein schönes Gebet. Ist zwar ein bisschen düsterer, finde ich, mit den ganzen Blutrollen und der ganzen Hexerei, sage ich jetzt mal. Das muss man mögen, aber auch hier die Story mit den Loas ist schön gestaltet. Da kann man auf alle Fälle wieder einen Pluspunkt aussprechen. Nichtsdestotrotz habe ich Level 120 in einer relativ überschaubaren Zeit erreicht. Ich habe mal so über den Daumen drüber gerechnet, ich war jetzt nicht der Schnellste. Ganz klar, in meiner Friendslist waren viele schon lange vor mir fertig auf dem Max-Level. Was habe ich gebraucht stundenmäßig? Irgendwo was bei 12 oder 13 Stunden im Gesamten habe ich investiert, um auf 120 zu kommen. Wie gesagt, ich kannte gar nichts von den Gebieten. Ich habe zwar Beta ein bisschen angezockt, aber halb bei weitem nicht so intensiv gespielt, wie es andere getan haben. Ich habe schon gelesen, der Schnellste hat vier Stunden von 110 auf 120 gebraucht, das auf alle Fälle krank ist. Das muss man auch dazu sagen. Liegt weit unterm Durchschnitt. In anderen Videos, die ich mir angeguckt habe, wurde von 7 bis 15 Stunden gesprochen. Also ich liege da im Mittelfeld mit 12, 13 Stunden. Von daher finde ich das in Ordnung. Es hat sich auch relativ, ich sage mal so, von der Zeit her gut angefühlt. Einige Passagen werde ich mit anderen Charakteren natürlich schneller erledigen, da ich ja nun weiß, wie es geht, weiß, wo ich hin muss und weiß, was zu erledigen ist. Okay, an der Stelle verlasse ich euch. Weitere Videos zu Battle for Azeroth, hoffe ich, werden folgen. Schauen wir mal, was noch alles zu entdecken gibt. Für mich ein neues, spannendes Add-On auf alle Fälle. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, schaut auf Twitch vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, nicht vergessen zu abonnieren die neuen. Und wir sehen uns im neuen Video nochmal mit der Glocke. Ist wichtig, Freunde, nicht vergessen. Bis dahin, haut rein. Tschüss, ciao und bye, bye.